Dann willst du schon wieder aufhören, oder was? Nein, dann hole ich's her. Okay, und dann isst du das. Was spielen wir denn? Wollte sie nicht. Spielen wir den... Oh, ich habe immer noch keine Pommes gekauft. Ich habe irgendwie Bock auf Pommes. Spielen wir Junkensteins Rache, was ja jetzt extra zu Halloween quasi eingeführt wurde. Oder spielen wir Junkenstein Endlos, was das gleiche ist, nur länger. Kannst du aussuchen, ich krieg für gar nichts mehr. Äh, Boxes. Warum? Warum? Ja, Weekly Reward, aber... Achso, jajajaja. Also Junkensteins Rache ist halt safe. Eine Safebox, ne? Dauert acht Minuten. Spielen wir jetzt mal. Auf normal. Und Endless, ist das nicht auch safe? Naja, das ist... Ja, es ist auch schon safe, aber... Ich weiß gar nicht, dauern die zwölf Wellen nicht länger als die acht Minuten, die wir in diesem Modus sind? Bestimmt. Jo, PvE. Ich spiele mal Han Solo. Oh nein. Du kannst Soldier spielen. Den spiele ich doch seit Jahren nicht mehr. Also für die Zuschauer, es sind halt immer diese vier. Zumindest in diesem Modus. Wieso auch immer es nur diese vier sind. Das kann ich dir auch nicht sagen. Mein Autor eben funktioniert nicht. Ein Soldat, ein Alchemist, ein Archer und ein Archer. Ein modelliger Europäer hier. Los, flieg! Mein Pfeil! Na, wie fühlst du dich als Soldier? So fühle ich mich immer. Fühlst du dich gut? Ich mach Headshots, aber das macht irgendwie nicht so viel Schaden. Naja. Ich kann hier gar nicht reinrennen. Ich treffe halt überhaupt nichts, ne? Ich kann Han Solo überhaupt nicht spielen. Hey, da schießt du auf mich. Ich hab weniger Schaden gemacht als Anna. Das war erste Welle, ne? Das dürfte die erste Welle gewesen sein, ne? Aber das sind wirklich konstant immer acht Minuten, ne? Es sind immer acht Minuten, ja. Ja, gut. Die einzige Variable ist der Endkampf, wenn Mercy kommt. Weil wir dann ja alle von den Viechern töten müssen, von den Elite-Gegnern. Und das kann manchmal variieren. Müssen wir das? Müssen wir. Ich dachte, wir müssen einfach nur die Vienen austeilen. Wobei, nur endet das sofort. Aber du kennst dich ja besser aus. Ich hab den Modus schon oft gespielt mittlerweile. Dr. Junkenstein! Hier, ich geb dir mal Vision, damit du auch was siehst. Was? Ist das jetzt auch schwer? Ne, auf normal. Ich hab ein ganzes Magazin gebraucht, um einen Gegner zu killen. Der Meter an mir vorbeigefahren ist. Dann kannst du's halt einfach nicht. Das hat nichts mit dem Schwierigkeitsrat zu tun. Ich spiel grad echt wie so'n Stück Holz. Mein Bruder könnte, aber er ist tot. Ja, ich würde auch für ein Stück Holz spielen, wenn ich nur Toast und Wurst essen würde. Manchmal auch Käse, ja. Boah. Okay. Reaper! Wir sind dann jetzt so'n Stück. Oh, meinant! Ich hab' mir die Gegner gefordert. Die Leute haben in die Gegner gefordert, wie ich mich nicht mache. Wir werden nicht die Gegner gefordert werden. Und die Reaper hat das so'n Stück. Und die Reaper hat das so'n Stück. Der... Der McVeigh... ... Der, in die Gefahr hat das so'n Stück. Ich helf dir mal. Du scheinst hilfebedürftig zu sein. Kann ich mit Gamepad spielen? Ich kann mit Gamepad spielen, ich spiele mit Gamepad. Du spielst am PC mit Gamepad, einen Shooter. Das ist das dämlichste, was ich je gehört habe. Hey, wenn man es eingestellt bekommt, ist Counter-Style auch lustig. Äh, wo ist ein Nachladen? Sprinten ist hier, ne? Ja. Naher kommt. Oh Gott, ich hätte abgeschossen. Also entweder du bist unfassbar schlecht oder dein McCree ist unfassbar schlecht, denn ich bin mittlerweile Silber-Eliminierung und Schaden. Äh, ich? Äh, 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 äh. Das war knapp. Ich hab gemisst, du hast gemisst. Ich hab nicht gemisst, ich hab nur keinen Schaden gemacht. Du hast voll gemisst. Ich war kurz davor meine Ulti zu zünden, um den zu treffen. Du hast voll gemisst. Du spielst Soldier, als wärst du ein Hans-O-Main. Du nervst und landest keinen Treffer. Ich? Ich hab doch nicht. Ich geh hier anders weg. Äh, äh. Oh, jetzt kommt Professor Junkinsteins Monster, auch genannt Roadhog. Ich hab ihn gar nicht mehr und zu gefährlich. Ich hab keinen Klassiker mehr. Mach mit mir. Wo ist meine Rakete? Da. Ah, ich habe den Reifen. Wir haben überhaupt schon die Gegner Mauer halb zerstört. Halb? Ich stehe doch direkt davor. Weißt du was? Hallo? Wir haben gerade alle auf Rotak geschossen. Und haben es kaum hingekriegt, ihn zu töten, weil du nicht triffst. Ich habe Auto-Aim angehabt, ja? Ich habe die ganzen Gegner dahinter weggeholt. Ja, und du hast nicht mal mit Auto-Aim getroffen. Natürlich. Andere Sachen habe ich getroffen, aber ich habe getroffen. Oh. Oh, guck mal, McQueen im Hintergrund. Nice. Komm her! Ich habe euch im Visier. Nein, aber den Reifen, den kann ich nicht am Visier. Hab ihn. Ganz alleine. Ja. Ja, sonst würde da doch ein Assist stehen. Oder nicht? Also ganz alleine. Oh, das ist so easy. Ich habe eine Treffer-Code von 43%. Und du, Mr. Soldier Boy? Ich kann langsamer gehen als du, ja? Das kannst du nicht. Das wird langsam gehen. Siehst du das? Okay, jetzt kommt Dr. Junkinstein himself. Jameson Junkinstein. Ich habe aber gar keinen, gar keinen Ulti-Ready. Ich aber. Junkinstein hat made a deal with the Witch of the Wilds. Und on the way of his death, who is from it. Oder den hier vielleicht. Er ist tot. Der Reaper. Ich treffe dich. Scheiße, wirklich nicht. Bleib stehen. Nein. Ich habe gleich mal ein Ulti. Da ist sie. Jetzt treffe ich. Ich ganz allein. Mit meinem Auto aiden. Ich und mein Auto aiden. Guck mal, wie ich auch freue. Das klingt wie so ein richtig schlechtes Bilderbuch von Kopenrad, ey. Ich und mein Stein. Ich und mein Auto, ey. Mann, der soll mal aufhören, die zu töten, bevor er meinen Schuss ankommen kann. Dann schießt auf andere Gegner. Die sind genug da. Guck mal, wie ich die Reifen weghole. Zwei Stück. Einer links, einer rechts. Beide gleichzeitig geholt. Ja, du kennst dich mit Reifen halt aus, weil du schon so oft eine Panne hattest. Der Einzige, der eine Panne hat, bist du. Du hast eine Panne. Guck, noch ein Reifen. Easy peasy. Ich habe sogar meinen Namen und mein Bild geändert, während ich den gekillt habe. Au. Headshots. Ja. Wo ist man hier? Da ist man hier. Easy. I'm the Headshot Machine. Und Door Defended. Jetzt kommt Mercy. Ich habe mitgemacht. Äh. 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 Ich krieg dich down. Du Sau. Ich nuke dich weg. Hol mich dran. Ich klippe dich. Nein, ich wollte den Killing-Glow machen. Nahkampf kill. Erfolg freigeschaltet. Was denn für ein Erfolg? Die Glow reichen vier. Ich habe Nahkampf gekillt. Oh man. Wieso hatten wir alle weiße Skins? Gehört das so? Weiß ich nicht. Ist das irgendwie Teil dieses Modus, das alle weiße? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Oder haben wir das richtig so abgekackt? Ich glaube, das war Zufall. Kills. Fünf Kills mit Streufallen. Wie komme ich denn hier zurück? So schlecht. Oh. Apropos zurück. Was? Oh. Lootbox. Lootbox. Beförderung. Oh, Stufe 100. Ich habe endlich, glaube ich, meinen zweiten Stern, oder? Yes. Was für ein glorreicher Tag. So. Damit hätten wir Junkinsteins Rache. Was hältst du von Junkinstein endlos? Hallo? Wo ist der? Aha, er holt sein komisches Essen. Aber wir können. Wir können starten, ohne dass er was tun kann. Hm. Wieder Delikatessen. Was denn? Lecker schmecker Kräuterbutterbaguette mit Scheiben, Blätten, Käsescheiben oben drüber. Oh Gott. Du hast echt kein Geld mehr, oder? Normalerweise packe ich Cheddar drüber, aber... Also. Junkinstein endlos? Endlos? Okay. Aber dann heulen die Leute doch rum, wenn ich nichts treffe, weil... Du kannst... In Junkinstein endlos Modus hat man noch die Auswahl zwischen noch anderen Charakteren, um das mal den Zuschauern zu sagen. Also Torbjörn kann man da noch spielen. Dann kann man da noch spielen Senyata. Dann kann man da, glaube ich, Genji noch spielen. Also, da gibt es ein paar Möglichkeiten. So ein paar. Ja. So ein paar andere noch. Ich hätte mal Bock da Torbjörn zu spielen, aber ich weiß nicht, wo ich den blöden Turm hinsetzen soll. Ich versuche da ja immer so perfektionistisch zu sein. Und ich habe übrigens meinen zweiten Stern noch nicht. Das stört mich gewaltig. Ich muss noch ein Level aufsteigen. Junkinsteins Rache endlos. Oh, oh, Torbjörn. Kommt zu seiner Seite und schützt ihn gegen den wütenden Dr. Junkinstein. Als Wikinger. Das ist der neue Halloween-Skin von Torbjörn. Aber ich will doch Torbjörn spielen. Nein. Da muss ich nicht aimen. Da stelle ich einen Turm auf. Was soll das denn heißen? Auch Torbjörn muss treffen können. Soll ich Genji oder Soldier? Soldier. Du hast doch jetzt Übung mit Soldier. Jetzt wird das richtig gut. Schaffen wir überhaupt die zwölf Wellen? Nein. Einer überspringt nicht. Ja. Das auch mal sehen können. Keine Ahnung wer. So, wo setzen wir denn den Turm hin? Setzt man den hier oben hin? Keine Ahnung. Ich setze ihn jetzt erstmal da oben hin. Er trifft auf jeden Fall. Ich meine, ein Fadenkreuz nicht bewege. Also nur noch nichts Interesse aufgetreut. Trotzdem nicht immer den Kommen. Ich glaube du bist zu leise. Du musst lauter sprechen. Nein, niemals. Der Reeper kommt zu deinen Säulen. Also wir müssen... Direkt vor mir. Wir müssen in diesem Modus zwölf Runden überleben. Die Runden... Also da kann mehr spawnen als das, was wir bisher kennen. Hier nimm mal. Nimm mal Rüstung. Nimm mal Rüstung nehmen. Du musst es, glaube ich, der Ander direkt ins Gesicht werfen, damit sie es nimmt. Habe ich versucht. Habe ich versucht. Die ist einfach ein bisschen... Ich kann mir das haben nicht klappt. Mann! Die nervt mich hier. Meckles hat jetzt auch noch was von mir. ja ich hätte gern das Pender noch Nüh die Spenden da war an der Karriere zu meiner Aufgabe Gold eliminierung Torbjörn die Betrugel der Arten nicht mal eine Medaillen eliminieren ich könnte Torbjörn Main werden. Da hätte ich irgendwie richtig Bock drauf. Auf Kansone vielleicht. Nee, ich hätte da immer Bock drauf. Aber auf PC doch nicht. Natürlich. Das macht einfach so viel Spaß. Ja, aber dann nur offensiv Torbjörn. Wieso? Defensiv bin ich auch gut. Also, in meinem Verhältnis jetzt gesehen. Verhältnismäßig gesehen. Oh Gott. Wir sind schon in Runde 3. Du bist ein fettes. Nein, es heilt sich. Offense, Torbjörn. Ganz alleine. Hier, in Rüstung. Oh, oh, McCree braucht Hilfe. McCree braucht Hilfe. McCree braucht Rüstung. Rüstung, Rüstung, Rüstung. McCree, in Rüstung. Armour here. Ich ziehe da einfach wie so ein Stück Toast, so ganz langsam dahin. Und kurz bevor der Gegner tot ist, schieße ich einmal drauf, um den Kill zu kriegen. So muss es. Oh fuck. Back damit. Ich habe geholfen. Ich habe in die Richtung geschossen. Okay, Dr. Junkenstein kommt. Junkenstein. Okay. Fuck. Ich habe mir schon zu weit links geschossen. Jetzt hätte er jetzt eine Rakete umgesetzt. Okay, wie wäre es mit... Ich habe ihn ganz allein wieder. Vorsicht, Reifen. Und den Reifen. Und den Rüstung. Also, ohne mich werde ich hier hilflos verloren. Absolut. Ja, das machen wir es. Ich finde, du könntest ab sofort dann Soldier-Main sein. Ja. Dann mache ich halt was anderes. Dann bin ich ab sofort arbeitslos. Bin ich ja in unserem StarCraft-Koop jetzt auch. Kann ich ja AFK geben. Doch schwer schaffen wir es dann trotzdem. Ob ich StarCraft auch mit Gamepad spielen kann? Gut, wir spielen das nächste Mal gerne Brutal und dann kannst du das mal auch probieren. Wie wäre das? Äh, ein Schritt zur Zeit. Ich muss erst mal die Steuerung hingestellt bekommen. Okay, und dann spielt aber Brutal. Das ist die Sieg-Quartor, oder? Ja. Brutal-Gamepad, easy peasy. Wenn ich dann noch die Runde gewinne, alleine ohne dein Reifen. Dann kriege ich ja wohl hier. Wage es nicht, mein Tor anzugreifen. Du Monster. Wie war das aus meinem Gesicht? Raus aus meinem Gesicht. Ist auch schön. Alter. Warum heilt mich Anna nicht? Jetzt. Warum sollst du sie? Ich schmeiß hier einfach mal überall Rüstungspakete. Dann könnt ihr euch mal ein bisschen was. Ja. Wie es sich gehört. Wenn man immer rüberlaufen kann. Die nächsten kannst du zum Ghost da packen. Zu dem McCree. McCree. Wir haben schon die Hälfte der Wellen geschafft. Oh. Wer kommt? Summoner. Da müssen wir drauf achten, dass wir die Schildbarriere kaputt machen. Die Schildbarriere kaputt machen. Und das sind die Schildbarriere kaputt machen. Schildbarriere kaputt. Schildbarriere kaputt machen. Schildbarriere kaputt machen. Kaputt. Nein, nein. Reifen. Das ist der. Helfer. Habt ihr den Generator? Helfer. Helfer. Hey, Anna Klaus, mein Job. Du musst doch heilen und nicht alles killen. Dann bin ich doch vollkommen nutzlos. Sehr schön. Warum ist der McCree so dumm und nimmt sich keine Rüstung? Guck dir das an, ich habe hier schon sechs Pakete liegen. Aber er braucht keine. Dann müsste er da oben weggehen. Aber er war doch eben nicht da. Du musst ihn abwerfen damit. Doch, er ist immer da. Geben ist bei woanders. Na, du hast ihn noch nicht gesehen. Dann lege ich ihm halt hier oben jetzt was hin. Wenn er es dann nicht nimmt, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Hat er doch schon. Junkrat. Oh. Warum hast du Junkrat gesagt, wenn es Vortuck ist? Äh. Ja. Ich glaube, du kennst den Grund. Ich kann den nicht auseinanderhalten. Okay. Hier haben wir übrigens den nächsten. Wieder ein Junk, Junk, Junkenstein. Nein. Ein Rotar. Junkensteins Monster. Töte es. Geh doch. Hab ich. Hast du eigentlich den Skin für diesen Modus? Welchen Skin? Den Viking Skin? Ja, den hab ich doch an. Ja, den sehe ich jetzt erst. Oh nein. Headshot. Okay. Ähm. Pulti. Hab ich. Auf Mercy. Ja. Mercy ist tot. Gott weggehuckt. Monster tot. Der Typ oben auch. Ja, der Demoman. Der Demoman. Du bist echt ein... Hier. Prost, Junk. Pult sie zusammen. Was denn? Oh, noch vier Wellen. Macht vier? Ja. Wie lange geht in so eine Welle eigentlich? Ich weiß nicht. Eine Minute. Eine Minute, ja. Also zwölf Minuten in diesem Modus. Eigentlich gar nicht so viel länger als der andere. Aber das Ding ist, dass der halt viel länger sein kann, weil danach kommen wir die Bonuswellen, so lange wie wir es halt durchhalten. Ja. Und mit mir als Torbjörn schaffen wir das natürlich ziemlich lange. Mit mir als Soja macht das ein... Wenn du dich gerade beim Aim siehst, treffe ich gerade alles hier. Einfach, weil ich sie gerade... Boah. Noch ein Reaper. Ja. Geil. Ich halte die Tür einfach sauber. Torbjörn dreht auf. Mein Turm steht einfach so monströs geil. Warte mal. Ich gebe jetzt erstmal dem McCree seine Rüstung. Er ist wieder ein faule Stück. Also Ghost, wenn du das hörst, bewege ich mal. Ich habe wenigstens Bronze in einem Punkt, ja. Auf. Hau. Hau, hau, hau. Hau. Nein. Weg mit euch. Reifen. Nein. Okay, Reifen weg. Wir müssen die Schützen da hinten wegmachen. Ich. Komm, was nicht betrifft. Okay, warte mal, warte mal. Wir müssen die Beschwörer hier wegkriegen. Ja, mach doch mal. Ich kümmere mich schon um die anderen Sachen hier. Freit mich schon an, die Bescheuern. Fuck, McCree ist tot. Was? Aber der kommt ja gleich wieder. Ja, das ist auch ein gutes Zeichen, ne? Wenn wir schon Leute vorwärts zwölf verlieren. Warte mal, ich kämpfe jetzt mal ein bisschen mit oben. Dann sind sie jetzt abgehärtet. Junkin-Steins-Monster, natürlich guckt er mich. Brauchen wir meine Ulti? Ja. Weiß man doch nicht. Langrossen wie zum Aufladen. Doch, nicht so lange, glaube ich. Ja, wir müssen die Monster halt tot kriegen, ne? Weil da gerade noch eins kommt. Ja, ich schieß doch schon mit dran. Ich bin tot. Gleich, komm. Äh. Versi. Und dann ist alles wieder gut. Ja, meine Ulti ist auch schon wieder... Meine Ulti ist auch schon wieder auf 50. Weil der Turm halt so viel ballert. Ja. Sauber. Turm mal ein bisschen Scrap. Warte. Scrap, Rüstung. Fuck. Oh. Wo ist denn... Haben die da ne... Ne, ganz... Was? Ne, ne? Doch. Die ist tot. Der ist schon weg. Der ist auch tot. So, den noch weg. Alles weg. Nur noch ein Reifen. Und der ist auch schon weg. Prost, Prost, Prost. Wir sind noch nicht mal im Bonus-Segment hier, also... Ja, doch. Haben wir doch geschafft. Die ganzen Gegner sind weg. Großen zumindest. Also, jetzt kann ja nichts mehr passieren. So, wir brauchen mehr Scrap. Jetzt haben wir das schon mal geschafft. Bonus-Welle Nummer 1. Oh. Du flieb, du safety. Ich helf mal eben den McCree hier oben. Ah, krass. Jetzt. Reifen. Werdet ihr mit dem Reaper fertig? Jo, ich tank den einfach. So, da kommt noch einer. Noch ein Reaper? Ja. Wie viele denn? Kaum einen Reaper, wenn man noch vier haben kann. Ey, verweg dich nicht. Ich muss vier hin. Ich brauche jetzt langsam auch mal Selbstrust, Junge. Ja, ich habe Silber in Heilung. Geht doch auch gar nicht anders. Doch, gar keine Medaille. Dann hättest du nicht ein einziges Mal dein Weakon einsetzen dürfen. Ich habe schon mehrmals eingesetzt. Ich habe nur keine Teammates damit geheilt. Okay. Du hast einen Reifen. Oh, der Reifen hat ein Schild abbekommen. Zweite Beschwörerin, zweite Beschwörerin. Warte mal. Wie viele Reifen kommen denn da? Aufhören. Das wird machen dir so wenig Schaden. Hier ist es tot. Hier ist es tot. Hier ist es auch tot. Ja. Okay, ich muss mal eben meinen Turm. So, viele haben wir geschafft. So, ich brauche mehr Scrap. Spawn da. Noch ein Heavy. Ja, ein Heavy. Ich treffe gerade gar nichts mehr. Noch eins. Oh, fight heavy. Fuck. Noch eins. Eins tot. Ja, ich schieße doch schon. Soll ich ihn noch machen? Ich kann nicht mehr als schießen. Vielleicht noch treffen, ja, aber das ist überbewertet. Alle auf einem Punkt. Gut. Ja, wir sollten meine Tür verteidigen. Ich weiß. Bin wieder ready mit meiner Ulti. Ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt dich auflade. Ich treffe so viele Gegner. Oh, fuck. Okay. Zünde Ulti. Mach das mal. Ja. Der Witch. Ah, ne, die Witch ist down. Gunpenstein tot. Fuck. Reifen vor mir. Hab ihn nicht down gekriegt. Ich auch nicht. War irgendwer anders. So. Ich hab die Lande mit. Die nächste Rettung. Ah. Die Typen, die da von der Mauer runterschießen, nerven mich so ein bisschen. Ist da eine Beschwörerin? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, da war bestimmt mal eine. Aber ich seh keine Schilde bei den Gegnern. Wir müssen halt aufpassen. Sobald eine Beschwörerin da ist, muss die sofort weg. Weil die halt alle anderen stärkt durch die Schilde. Und wenn das stakt, dann haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, ob es stakt. Aber wenn, dann haben wir. Ja, aber da müssen doch nur die Schilde weg, oder nicht? Hä? Müssen doch nur die Schildgeneratoren weg, oder nicht? Ja, ja. Deswegen sag ich ja. Wenn eine Beschwörerin kommt, muss einer sofort da oben hin. Aber McCree macht das bisher recht zuverlässig. Okay, zweimal Reaper. Ja, noch einmal. Okay, mit Reaper haben wir erstaunlich wenig Probleme. Ja, wenn die auf mich schießen, dann machen wir mir nicht so viel Schaden. Ich bleib einfach nur hier stehen und drückst du ab und dann ist alles gut. Dein Turm macht den Rest. Ich find's lustig, dass der noch nicht einmal down war, der Turm. Ja, da kommt ja auch keiner hin. So, Bonuswelle 6. Das ist eine Fusionskarte. Wieso kann er die so spielen? Das ist voll dumm. Hi. Äh, Summoner, ne? Schön, 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 schön. Au. Wie viele Srams, da kommen da jetzt schon wieder? 30? Wie viel kommt wo, was? Ey, diese Dummerei. Komm mal, Summoner. Wie viele von den Bastarden kommen denn da? Ich weiß es nicht. Ich kann dich nicht heilen. Heile dich selbst, danke. So, wer kommt da als nächstes? Duncan Steins Monster. Der Große. Der Große. Wie du jetzt nur noch der Große sagst, damit du es nicht verwechseln kannst. Du meinst, weil ich jedes Mal einen neuen Namen für die Gegner habe? Ja. Was durchaus kreativ ist, das will ich dir gar nicht mehr abbrechen. Okay. Wir haben hier eigentlich ein kleines Problem. Oh. Wir haben nur noch zwei. Dann werden die Fetten nicht los. Die heilen sich. Die halten sich auch so stark gegen. Ja, wir haben es. Meine Ulti ist auch wieder ready. Ja, aber die Tür nicht mehr. Und wer ist das? Alles. Alle drei Sachen. Warte. Fokus, feier auf die Witch. Ulti. Ist tot. Den Fetten. Ich verliere langsam so ein bisschen mein Leben. Ja. Du bist doch zu weit vorne, als dass ich dich heilen kann. Mein Turm ist tot. Das ist eine Katastrophe. Ja. Warte. Einer muss die Tür halten. Ich versuch's. Aber die hauen mich weg. Ich versuch's. Was trifft mich da? Au. 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 Fuck. Fuck hier. Das ist ein bisschen zu viel Tunnel. Komm ich nicht gegen Ahnung. Ich muss den Turm auf Level 2 kriegen. Jetzt. Hab ihn. Nein. Der Schockreifen hat mich direkt getroffen. Oh Gott. Oh Gott. Lebe wieder. Ja. Au. Mich hat der Reifen jetzt auch. Meine Heilung ist weg. Das dauert schon viel länger als das andere. Ja, dadurch kriegen wir aber auch mehr Erfahrungspunkte. Ich will auch keine Erfahrung, ich will lootboxen. Du kriegst die Erfahrung auch lootboxen. Ich will loot nicht nur boxen, ich will loot sogar treten. Okay. Der Summoner. Get ready for a shark. Summoner, greifen! Fuck! Fuck! Du kriegst die nicht tot. Das war's. GG. Nein! Ich weigel mich! Und? Es ist vorbei! Da bin ich wieder! Es ist vorbei! Komm mit dir zur Heilung! Bleib mit Anna am Leben! No, ich geh weg da! Nein! Nein! Wie mein Turm genau in dem Moment Schrott gegangen ist! Ja! Alter des! Oh mein Gott! Wir spawnen schon die nächsten Wellen? Nein! So ein scheiß Zombie-Typ hat mich gekehlt. Ich hab grad mein Ulti gezündet. Ist noch ein bisschen verschwendet. Ob uns das gerettet hätte? Okay. Wir sind verloren! Wir sind verloren! Ein... Einfach nur noch wegrennen, Anna! Einfach nur noch wegrennen! Aber wir sind bis... Fast bis Bonuswelle 12 gekommen! Also... Komm! Ja! Da kann man jetzt echt nicht sein! Besser als mit Tastatur, ne? Wir sind ein Affe, weißt du das? Wir sind voll der Affe! Voll der Affe! Na wer ist Play of the Game? Bestimmt McCree! Ja! Ist fast immer McCree! Weil die Ulti hier halt echt krass ist! Weil die Gegner nicht ausweichen! Ja! 434! Somnix getötet! Und McCree hat einfach 106.000 Schaden gemacht! Du hast 103 Kills ohne deinen Turm? Ja! Wieso? Hättest du das nicht gedacht? Ich dachte der Turm tickt alles an! Aber wahrscheinlich waren es zu viele Gegner! Ja! Puh! Das war gut! Du hast auch alles an! Du hast es! Du hast es! Du hast es! Doe es! Du hast es! Du hast es! Nijferendt! Du hast es! Untertitelung des ZDF für funk, 2017